Wow, das Jetboard gehört uns. Lass uns losbrettern. Der Staat wird verlassen. Der Staat wird verlassen. Nimm doch dein Jetboard. Der Staat wird verlassen. 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 Laut meinen informieren. ist gerade eine Ladung Abhörgeräte für die Crimson-Karte im Hafen angekommen. Diese Dinger dürfen nicht eingesetzt werden. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Flieg mit dem Jetboard zum Hafen und zerstöre alle Kisten der Crimson-Karte. Aber pass auf, wenn du in den Verteidigungsbereich kommst. Rechts Radfahrt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oder Schwermann Hey, wie läuft's denn so süß? Verschwindet. Das ist Sache der Crimson-Garde. Einer von Vins Echo-Panzern kommt aus dem Ödland zurück. Aber die Übergabe war wohl nicht ganz erst rein. Der Fahrer hatte Angst. Wir checken das mal. Nur zur Sicherheit. Können wir dir helfen? Ich schaff das schon. Ein Metallschädel! Verdammt! Wir sind allein. Wir müssen die Metallschädel ausschalten. Das hat wehgetan. Und noch mal. Das ist für meinen Vater. Hör mal, Kumpel, auf wessen Seite stehst du? Hör mir! Verdachte Metallschädel! Gute Arbeit. Alle erledigt. Die Metallschädel werden immer dreister. Als wollten sie unsere Abwehr auf die Probe stellen. Ich hab ein ganz mieses Gefühl dabei. Keine Ursache. Dieser skeptische Spätzung... Kumpel wieder...... Freude goodness! Tim... Tank spät Growing! Kumpel! Wir haben das Team. Wir sind unterwegs. Nichts entdeckt. Wir sind unterwegs. 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 Wir sind unterwegs.